Nicht so hoch schaukeln, Sarah. Sarah, lass das andere Mädchen in Ruhe. Langsam, Sarah. Sarah, vorsichtig. Du, findest du nicht, dass du sie ein bisschen zu stark kontrollierst? Also, das ist ja fast so eine Art Mikromanagement. Und ich habe gelesen, das soll total schlecht für die Entwicklung der Kinder sein. Ich bin sehr zufrieden mit Sarahs Entwicklung. Wir müssen jetzt auch los. Sarah! Sarah, wir gehen! Okay! Sag Tschüss zu Sabine! Tschüss, Sabine! Tschüss, Tschüss Mäuschen! Rechter Fuß! Linker Fuß! Rechter Fuß! Linker Fuß! Regter Fuß! Linker Fuß! Rechter Fuß! Linker Fuß! Hallo sagen! Hallo! Recht auflegen! Recht auflegen! Rechter Fuß! Schneller! Rechter Fuß! Linker Fuß! Gib ihm gehen!